Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich mal ausnahmsweise nicht zu Hause, sondern stehe in der Douglas-Filiale in der Schildergasse in Köln. Und zwar darf ich hier heute einen Live-Douglas-Haul mit euch zusammen drehen, denn ihr habt mir wieder ganz viele Aufgaben auf Instagram unter meinem Bild, was ich gepostet habe, gestellt. Ziemlich verrückte, richtig coole Aufgaben, die ich jetzt hier versuche im Douglas zu erfüllen. Ihr müsst unbedingt bis zum Ende bleiben, denn ich werde den ganzen Haul auch verlosen. Also bleibt dran, damit ihr dann mitkriegt, wie ihr gewinnen könnt. Okay, die erste Aufgabe, die ich von euch bekommen habe, lautet, gehe vom Eingang zehn Schritte nach vorne, wiege rechts ab und nimm aus dem zweiten Regal von oben das siebte Produkt von links. Oh mein Gott, okay, dann versuchen wir das einfach mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn. Okay, zehn Schritte nach vorne, wiege rechts ab. Okay, ich schummele jetzt ein bisschen und gehe jetzt einfach noch einen Schritt nach vorne, weil sonst laufe ich hier leider gegen. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal rechts abbiegen, um zu einem Produkte-Regal zu kommen. Ich bin jetzt hier bei Dior. Oh mein Gott. Ich nehme einfach mal die zweite Reihe von oben, das siebte Produkt von links. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun. Brow Styler. Das ist ein Augenbrauenstift in der Farbe Chestnut. Ja, ich könnte ihn sogar, glaube ich, gebrauchen. Also der ist vielleicht jetzt nicht unbedingt für Blondin geeignet, aber ist trotzdem noch hell. Also kann man nutzen. Die zweite Aufgabe, die ihr mir gestellt habt, lautet, kaufe das Produkt, was du schon immer haben wolltest. Und da habe ich jetzt echt länger überlegt, weil es gibt natürlich viele Produkte von Douglas, die ich schon immer haben wollte. Aber ich habe mich jetzt mal auf ein Produkt beschränkt. Und zwar möchte ich schon länger von Urban Decay die Ultimate Basic Palette haben. Ihr wisst ja, dass ich die Naked 1 und auch die Naked 3 habe und ich liebe einfach die Lidschatten von Urban Decay. Meiner Meinung nach sind das die besten Lidschatten. Und deswegen hole ich mir jetzt mal eine neue Palette. Und die Ultimate Basics ist diese hier. Und hier sind einfach richtig, richtig schöne Farben drin, die alltagstauglich sind, aber auch genauso gut für den Abend. Und die kann man einfach auch super auf Reisen mitnehmen, weil ich ja auch oft unterwegs bin. Und deswegen freue ich mich die jetzt mal mitzunehmen. Die dritte Aufgabe, die ihr mir gestellt habt, ist, dass ich eine Verkäuferin fragen soll, was denn das beliebteste Produkt im Douglas ist. Das Problem ist, wie ihr sehen könnt, bin ich hier vor Ladenöffnungszeit hier. Das heißt, die ist noch niemand und auch keine Verkäuferin. Aber ich habe eine Mitarbeiterin von Douglas hier, die liebe Julia und ich werde sie jetzt einfach mal fragen. Hi Julia. Was ist denn das beliebteste Produkt oder eins der beliebtesten Produkte im Douglas? Ja, eins der beliebtesten Produkte im Douglas ist im Moment der Hooler Light von Benefit. Der ist neu, ne? Der ist ganz neu und ist sehr viel heller als der normale Hooler und damit auch für, wie in Tave mich, auch geeignet, um zum Konturieren. Okay, zeigst du mir den? Ja, natürlich. Den habe ich tatsächlich auch schon ausprobiert und schon zu Hause und ich muss sagen, ich finde den super. Ich nehme den im Moment nur noch. Ich habe sonst immer das Original genommen, aber der ist echt ein bisschen dunkel teilweise. Da muss man aufpassen, wenn man so einen hellen Hautton hat. So, hier seht ihr auch noch mal den Unterschied der beiden Hooler Bronzer. Der ist auf jeden Fall dunkler. So, ich stehe jetzt hier bei MAC und ihr wisst ja vielleicht, dass ich MAC Lippenstifte liebe und deswegen habe ich mich umso mehr über die nächste Aufgabe gefreut und zwar soll ich mich vor das Lippenstiftregal von MAC stellen und blitz eine Farbe ziehen und ich bin jetzt sehr gespannt, was dabei rauskommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier. Oh, ich habe schon reingepackt. Okay, ich habe einen gezogen. Ah, der sieht sogar echt noch sehr schön aus. Der nennt sich Lustering. Ist ein Luster-Finish, wenn man das so ausspricht. Und den finde ich sogar richtig schön. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass ich hier irgendwie so ein Braun oder Blau ziehe, aber der sieht ja echt ganz gut aus. Hier seht ihr auch so ein bisschen die Farbe. Ist eigentlich ein richtig schöner Sommer-Frühlingston, finde ich, für die Lippen. Gefällt mir sehr gut. LLL Lovelorn Blustering. Da ist er. Haha, yes. Die nächste Aufgabe lautet, ich soll mal ein Produkt aussuchen von einer Marke, die ich noch nie getestet habe. Und da habe ich kurz überlegt und mir ist direkt eine Marke in den Sinn gekommen und zwar Laura Mercier. Und da werden ja diese Setting Powder im Moment sehr gehypt. Und besonders interessant finde ich dieses hier. Und zwar ist das Secret Brightening Powder for Under Eyes. Das soll den Concealer unter den Augen setten. Und das kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Und deswegen nehme ich das hier mal mit. Ihr habt mir auch die Aufgabe gestellt, ein Produkt für meinen Freund Philipp zu kaufen, was ich wirklich sehr nett von euch fand. Das haben viele geschrieben. Also schön, dass ihr auch an meinen Freund denkt. Und ich weiß, dass er sich schon länger von Armani ein Parfum wünscht und zwar Armani-Code. Und deswegen habe ich mich jetzt auch direkt mal hier zu den Armani-Männer-Düften gestellt. Ja, es gibt viele verschiedene Arten. Es gibt einmal Armani-Code Sport, ein paar Pop-Pop-Pop, so, ja. Und dann war das Armani-Code. Ich denke mal, ich schnüffel die jetzt einfach mal durch und dann werde ich das nehmen, was ich persönlich am besten finde. Weil ich muss ihn ja schließlich riechen, ne? Und hier ist auch noch Eis. Eis, okay. Oh, das finde ich auch nicht schlecht. Das ist sehr frisch. Profumo. Also das ist ein bisschen süßlicher, würde ich sagen. Fällt mir auch total gut. Mist. Okay, ich teste mal noch das originale Armani-Code. Ein bisschen frischer, ein bisschen frisch geduscht mäßig. Ich glaube, ich nehme Armani-Code Profumo. Ich soll das neueste Produkt der Douglas Eigenmarke mir holen. Und da habe ich mich gerade geraten lassen von der Julia. Und sie sagte, dass hier zum Beispiel die Duschschäume von Douglas Neu sind in der Geruchsrichtung Citalasso. Ist das so? Citalasso, aha. Riechen kannst du jetzt leider nicht, ne? An dem Duft kannst du riechen. Ah, am Duft. Oh ja, das erinnert mich wirklich so ein bisschen an C, also mehr. Riecht sehr frisch nach Urlaub irgendwie. Finde ich gut. Nehme ich mit. Ihr habt mir die Aufgabe gestellt, dass ich das Parfum mit dem schönsten Flakon suchen soll. Und ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal suchen gehen. Das ist natürlich mal was Besonderes. Okay Leute, das ist wirklich schwierig. Also ich bin jetzt hier schon rumgerannt wie eine Bekloppte. Aber irgendwie sind natürlich alle Parfums sehr schön. Aber viele sehen sich halt auch sehr ähnlich. Ich bin jetzt aber mal hier zu Givenchy gegangen, weil das sind glaube ich neue Düfte. Und die finde ich von der Verpackung mal ein bisschen anders, weil die halt so schlank und hoch sind. Und mich hat natürlich das Rosane besonders angesprochen. Oh wow. Das hat auf jeden Fall einen sehr besonderen Geruch. Das riecht so ein bisschen wie Brausepulver. Aber jetzt nicht auf eine eklige Art, wo man so denkt, wer will denn so riechen, sondern sehr, sehr, sehr süß muss man dazu sagen. Aber trotzdem irgendwie ziemlich besonders. Also gefällt mir schon mal ganz gut. Aber wir gehen jetzt mal noch zu dem anderen Verfahren, das auch sehr schön aussieht. Und zwar ist das natürlich Juicy Couture und da gibt es verschiedene Flakons, die wirklich sehr krass aussehen. Das ist natürlich Geschmackssache, ob man das jetzt schön findet oder nicht. Also ich finde zum Beispiel einmal diesen hier wirklich sehr schön. Aber zum Beispiel auch das hier, das ist auch richtig krass. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach mal testen, wie gut das riecht. Oh, das gefällt mir auch gut. Irgendwie habe ich was Krasseres erwartet bei so einem Flakon, aber das ist wirklich ein sehr leichter, frischer Duft. Ich glaube, der gefällt mir sogar noch besser, weil der von Givenchy ist zwar besonders, aber sehr süß. Ich glaube, damit fällt man auf jeden Fall auf. Das hier ist ein bisschen frischer und für den Alltag wird mir das mehr gefallen. Ich glaube, dann nehme ich das hier mit und der Flakon ist ja wohl krass. Die nächste Aufgabe, die ihr mir gestellt habt, ist, dass ich mir einen Lippenstift auftragen soll. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt ziemlich alleine hier und deswegen trage ich mir den jetzt einfach mal selber auf. Und zwar habe ich mich entschieden für einen Lippenstift, den ich auch schon immer mal haben wollte. Und zwar von Yves Saint Laurent, die mit der wunderschönen Verpackung. Und zwar sehen die so aus, sind so, so schöne Lippenstifte. So einen wollte ich schon immer mal haben. Vielleicht auch einfach nur, um ihn hinzustellen, weil das so dekorativ ist. Das hier ist ein schöner rosa Ton. Ich glaube, den werde ich mir mal auftragen. Oh, sehr cremig. Also die Farbe gefällt mir auf jeden Fall. Ich mag ja pink, wie ihr wisst. Und ja, der ist so schön, ihr nehmt. Danke für die Aufgabe. So, wir sind jetzt auch schon bei der letzten Aufgabe angelangt. Und ich denke mal, das ist die Aufgabe, worauf ihr schon alle wartet. Die habe ich auch am häufigsten von euch gestellt bekommen, ihr kleinen Schlingel. Und zwar soll ich das teuerste Produkt aus ganz Douglas kaufen. So, ich zeige euch jetzt mal, was das teuerste Produkt ist. Und zwar ist es diese riesige Creme von La Mer. Und Leute, haltet euch fest, denn jetzt seht ihr den Preis davon. 1.650 Euro. Ach, du liebes Bisschen. Man muss natürlich dazu sagen, hier ist ein halber Liter Creme drin. Also damit kommt ihr wahrscheinlich ein paar Jahre aus. Aber so eine teure Creme würde ich mir natürlich nie holen. Aber, da ich ja das teuerste Produkt kaufen soll, was ich leider nicht kann, weil es zu teuer ist, dachte ich mir nämlich einfach hiervon die kleinere Version. Und zwar 30 Milliliter. Und ja, sie sieht natürlich so aus, genauso wie die große. Nur halt süß und klein. Und kostet aber keine süße 150 Euro. Also auch mega viel Geld. Aber ja, ich sollte ja das teuerste kaufen. Und ich denke, das ist eine ganz gute Alternative dazu. So Leute, damit wäre jetzt auch meine Shopping Tour hier im Douglas beendet. Und ich habe ein ganzes Körbchen voller Produkte im Wert von fast 500 Euro. Und jetzt kommt das coolste überhaupt. Ihr könnt genau diese ganzen Produkte gewinnen. Und alles was ihr dafür tun müsst, ist mir einfach einen lieben Kommentar in der Kommentarbox zu hinterlassen. Dem Video einen Daumen nach oben geben. Und natürlich auch Abonnent meines Kanals sein, denn diese Verlosung ist natürlich für meine Abonnenten. Und dann kann einer von euch dieses krasse Beauty-Körbchen, natürlich ohne das Körbchen, gewinnen. Also, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen. Und vielen Dank an Douglas, dass ich hier drehen durfte vor Öffnungszeit. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!